Spielst du denn auch wirklich einen Rollenteil, wie sie zum Beispiel bei diesem Video? Eine überzeichnete Form von dir selber oder ist es ganz anders als eine andere Figur in diesen Videos? Eigentlich bin ich auf meinen Videos ich selber. Ich bin live eigentlich genau gleich. Wenn ich jetzt mit Kollegen draussen bin, kommt jetzt immer wieder der Yannick für. Immer der Schweizer so «Nein, ich kann das nicht machen» und solche Sachen. Und ich merke es gar nicht mehr, aber es ist lustig und Kollegen lachen auch. Das ist tiptop. Also es kommt immer gut aus Ausverhalten. Machst du irgendwie so improvisierte Videos im Alltag an? Genau. Also wenn ich jetzt noch etwas überlege, was für ein Video es bringen soll, fällt mir nichts ein. Eigentlich muss es einfach spontan kommen, dann schreibst du es dir am besten auf und postest es am Abend. Immer. Sind es denn wirklich viele Sachen, die dir passieren, die du dann irgendwie in ein Video verpackst? Oder vielleicht einem Kollegen passieren? Ja, auch eben so schlechte Noten. Kennt jeder. Wenn der Lehrer zu Hause ruft, vielleicht auch. Bei mir hat es auch schon angerufen. Von dem kommt es eigentlich. Also wirklich von eigener Erlebnis aus. Wenn du jetzt gerade so Mann-Frau-Sachen machst, was zeigt eigentlich deine Freundin so in so Situationen? Ja, die finden es natürlich nicht immer so cool, aber ja, was willst du machen? Also sie finden dich nicht lustig? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich? Nein. Und das ist kein Problem? Und sie schaut auch nie die Videos an. Sie hasst es. Sie hasst es richtig? Ja, sie hat meine Videos überhaupt nicht gerne. Sie schaut sie nie an. Sie likt sie natürlich nie oder sonst irgendetwas. Vergiss das. Macht sie nicht. Und stört dich das oder findest du das nur easiest? Nein, ich kann ja nichts dagegen machen. Wenn sie es nicht cool finden, dann muss ich es einfach so reinnehmen. Okay, aber es ist jetzt nicht ein riesen Problem. Viele Leute finden es ja ziemlich cool. Aber es ist eigentlich so, wenn wir bei diesem Video auch bleiben, ist das eher etwas, das Männer mega witzig finden? Oder Frauen? Oder kannst du das überhaupt so aufteilen? Männer, die ich gemerkt habe, haben es witziger gefunden. Also auch Frauen natürlich. Aber man kann es auch gemerkt anhand von den Kommentaren, Männer sind dann mehr abgegangen dort. Okay. Was ist eigentlich das, was das Beste angekommt? Vielleicht bei allen Leuten so. Kannst du sagen, so das Thema funktioniert immer? Das, was ich gemacht habe mit «Ich bin fett», wo jemand bei mir kommentiert, dass ich fett bin und ich dann eigentlich ganz dezent so eine Antwort darauf gebe, das ist eigentlich bei beiden Seiten abgegangen. Und da sind wir momentan auf Platz zwei von den Videos, die bei mir eigentlich am meisten explodiert sind. Verfolgst du es dir ein bisschen? Wenn du sagst, ist es Platz zwei. Weisst du, welches jetzt gerade am besten ist? Oder machst du es einfach mal und dann… Nein, ich schaue es eigentlich immer wieder an. Also es interessiert mich einfach, welches Video ist wirklich ein bisschen abgegangen und ist interessant, ja. Ist es dir in dem Fall schon noch wichtig? Also jetzt vielleicht einfach gesagt, was ist wichtiger, dass du selber ein mega gutes Video findest oder dass es extrem viele Likes kriegt? Eigentlich kommt es darauf an, dass es Leute cool finden. Um das geht es mir eigentlich. Also ich schaue meine Videos an, auch recht kritisch. Ich schaue sie von einem anderen Dings an als von aussen einfach. Und ja, dann weiss ich, okay, der würde abgehen, der würde eher gehen, weniger. Und ich mache ab und zu am Abend vielleicht fünf Videos, davon wäre vielleicht nur einer gepostet. Fünf Videos? Das ist ja eigentlich noch ein riesiger Aufwand, oder? Es kann sein, ja. Dass ich ab und zu wirklich fünf Videos mache am Abend und am Schluss poste ich vielleicht nur einen, weil die anderen vier sind einfach irgendwie… Ja, einfach komisch und ich finde es einfach nicht cool. Und dann wüsste ich auch, die Leute würden auch irgendetwas daran merken. Hat es auch schon eines gegeben, wo du das trotzdem gepostet hast und dann es wie bereut hast, dass es gepostet ist? Ja, hat es auch schon oft gegeben, ja. Ich habe es gepostet und habe gemerkt, es ist einfach nicht gelaufen. Es haben die Leute einfach nicht cool gefunden. Und ich poste ja extra nicht so viel. Ich könnte ja jeden Tag etwas posten. Aber die Qualität ist besser als die Quantität, sagt man ja. Und wie ist es so mit meinem Aufwand? Sonst, wie lange geht das? Ich kann es mir jetzt schlecht vorstellen. Musst du es hundertmal üben, bis du es so genau richtig herbringst, oder ist es recht spontan? Anfangs hatte ich sehr viel Mühe mit den Videos. Ich hatte wirklich zwei Stunden an einem Video, weil ich immer den gleichen Fehler gebracht habe. Jetzt geht es eigentlich fast an einem Zug. Zusammenschneiden, das ist eigentlich die längere Part. Also zusammenschneiden ist gerade viel, viel länger. Dort brauche ich locker über eine Stunde. Okay, also das ist dann wirklich ein Arbe, bis es genau vom Timing auch so stimmt. Jetzt haben wir gerade noch einen Kommentar von Lukas Jäger und zwar sagt er, «Hahaha, haben bis jetzt noch kein Video unlustig gefunden und das verdient Respekt.» Also eigentlich genau dieses Motto, Qualität über Quantität, alle sind lustig. Genau, weil jeden Tag posten bringt es nicht wirklich. Sonst fängt es auch die Leute an zu nerven, dann spammst du dich auch voll. Das mache ich absichtlich nicht. Ich habe jetzt seit dem Sonntag kein Video mehr gepostet. Morgenabend habe ich jemanden geplant, noch mal eins zu posten. Und sonst gegebenenfalls am Sonntagabend. Das ist eigentlich der Standard. Jeden Sonntag kommt ein Video. Also spannst du deine Fans auch auf die Folter, dass sie warten, wenn man nicht jeden Tag einfach verwöhnt werden. Ja, jeden Tag. Weisst du, das nervt auch. Und man merkt auch, dass es nicht mehr die gleiche Qualität hat. Wenn du jeden Tag ein Video postest, dann werden ein paar Videos gar nicht mehr lustig sein, weil es ist einfach zu viel dann. Und so viele Ideen hast du gar nicht. Alles Gute. Vielen Dank.